Hey, hey, hier ist der Wampen-Dribble und ihr hört Megafon 95, der Fortuna Düsseldorf. Fancast mit mir und natürlich mit dem Micha. Guten Tag. Ich habe mich eigentlich mal letztens gefragt, was eigentlich mit deiner Begrüßungsfloskel geworden ist. Diese Woche hatte ich eine gute Idee, habe sie mir nicht aufgeschrieben und wieder fängt es. Also wenn ihr gute Berufsfloskeln, Begrüßungsfloskeln habt, heute gute Begrüßungsfloskeln gerne mal unter das Video in unserer Megafon 95 Gruppe. Ja, ihr uns vielleicht helfen könnt, dass da ein bisschen mehr viel los ist. Ansonsten abonniert den Podcast gerne auf iTunes, Stitcher und überall, wo es Podcasts gibt. So lasst natürlich auch überall gerne einen Like da, einen Follow da, teilt uns und die Links dazu findet ihr unten in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, Micha, starten wir mit ein paar News, denn die Spiele waren ja nicht wirklich berauschend. Ja, die Spiele waren ein bisschen traurig, sagen wir mal so. Ja, auch traurig. David Kovnatski fällt aus, Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Fortuna hat jetzt nicht unbedingt gesagt, wie lange man ausfällt, aber wenn man Vergleichsverletzungen dazu zieht, drei bis sechs Wochen sind da auf jeden Fall drin. Jetzt kam über die Woche wieder so ein bisschen nach seinen guten Spielen auf, ob Fortuna die Option zieht. Jetzt sprach die Bild von fünf Millionen bei fünf Millionen. Gib ihm. Ja, für fünf Millionen würde ich Kovnatski auf jeden Fall holen. Wenn Fortuna in der Liga bleibt, sind es ca. 30 Millionen an Liga-Prämien, die da auf uns kommen, also die Hälfte davon. Die kann man locker mal für neue Spieler ausgeben. Ja, Marvin Dux fällt auch aus nach Muskelfaserriss, nur halt im Knöchel, ja, vier bis sieben Wochen ist auch alles möglich. Haben wir jetzt eigentlich ein Problem im Sturm mit David Kovnatski, der ausfällt? Okay, Dux macht eh keinen Unterschied, ob er spielt oder nicht, aber haben wir da jetzt so ein bisschen Sturmproblem? Weil wir haben es jetzt auch, wir müssen wissen, wir nehmen das jetzt direkt nach dem Wolfsburg-Spiel auf. Gegen Wolfsburg irgendwie fehlte uns, keine Ahnung, uns fehlte Kovnatski, obwohl wir den eigentlich erst seit gefühlt fünf Spielen haben. Ja, in der einen oder anderen Situation habe ich mir gedacht, Kovnatski hätte das vielleicht besser gelöst, aber ja, das ist dann auch nur eine Vermutung oder das, was ich glaube. Aber ja, ich finde, er fehlt auf jeden Fall, vor allem bei die Fortuna-Bullenherde mit Luke Bakio, Kovnatski und Rahman. Die sind richtig ans Laufen gekommen und jetzt natürlich direkt wieder zerschlagen worden. Der S hat eiskalt da vor dem Tor als zum Beispiel Rowan Hennings, der heute einige Chancen hat liegen lassen. Wir haben eben über Geld gesprochen, den wir ablösen. Ayman Barkok hat auch eine Kaufoption. Die Bild sagt auch irgendwas um fünf Millionen. Wir haben Anfang der Saison mal gesagt, dass wir eigentlich irgendwas um die drei Millionen gehört haben und das auch für realistisch halten. Frankfurt hat Rückkauf-Klausel bei Kauf der Fortuna von sechs Millionen. Denkst du, ist das wert oder meinst du, die, sagen wir, fünf Millionen sollte man nicht ziehen? Und ich fand ihn heute wieder sehr schwach. Also wenn du einen Kovnatski für fünf Millionen kriegst und einen Barkok. Aber ich glaube, ich finde, Barkok hat auf jeden Fall viel Potenzial. Der hat heute wieder irgendwie keinen Luft. Der kam nicht hinterher in der Abwehr. Der hat keine Sprinzen gekriegt. Das war sehr grausam. Ich finde trotzdem, dass das ein guter Spieler ist. Und man den versuchen sollte zu halten. Und wenn man die fünf Millionen übrig hat, dann lieber in ihn investieren. Aber die Frage ist, ob Fortuna die fünf Millionen übrig hat. Dann sprechen wir direkt auch mal über Frankfurt, wenn wir die schon im Mund haben. Vogel fühlt sich betrogen. Ein Tor, ein Strafstoß. Immer pfeifen die Schiedsrichter gegen Fortuna. Ja, 120 Sekunden. Schöner Pass von Dodi auf Kovnacki. Der schiebt den ein nach dem schönen Sprint. Aber der Schiedsrichter entscheidet auch abseits. Aber er hat es eigentlich wegen Hand abgefiffen. Und das ist die schreitbare Situation. Nur Loco Bakio dreht sich. Kriegt den Ball in der Drehbewegung. Irgendwie an den angelegten Arm. Nimmt den dann mit. Und es wurde dann halt auf Funche entschieden. Später gab es halt eine ähnliche Situation von Frankfurt. Der hat den Ball angelehnt, der Hinteregger. Schiebt den aber... Also der kommt so auf Hüfthöhe. Und schiebt dann den Elbow, den angelegten Arm Richtung Ball. Meiner Meinung nach auch ein Handspiel. Das wird dann nicht geahndet. Das hat sogar der Schiedsrichter-Experte... Ich habe vergessen, wer es war. Hat dann auch später gesagt, das war auf jeden Fall Hand. Ja, bei dem Fortuna-Tor, was nicht gegeben wurde, war das Ding... Der Schiri hat halt zu früh abgefiffen. Also der Schiri hat halt das abseits abgefiffen. Anstatt wie es eigentlich mit dem Videoassistenten sein sollte. Dass man die Situation zu Ende spielt und dann nachguckt. Wurde die halt vorher abgefiffen. Und das war dann halt falsch. Ja, ist halt ärgerlich. Weil es eigentlich ein reguläres Tor war. Ist halt Fortuna so. Und bei dem Handspiel, wo er das Elfmeter gegeben wurde, habe ich im Stadion auch direkt gesagt, ich glaube, der Schiri guckt sich das nochmal an und dann gibt es keinen Elfmeter. Obwohl es eigentlich so ein Ding war wie von Hennings in der Hinrunde. Ich glaube, das war gegen Wolfsburg, wo der Hennings in der Mauer hochgesprungen ist und so leicht mit der Schulter zum Ball geht. Aktuell hat Fortuna irgendwie das Pech, dass die so 50-50-Entscheidungen oder so die wichtigen Entscheidungen gegen Fortuna laufen. 50-50 immer gegen Fortuna. Ja, Schiedrichter hatte keine klare Linie. Erst kleinlich in der einen Szene, in der anderen Szene dann wieder nicht. Wenn sogar Matthias Sammer den Schiedrichter mehr oder weniger zerfetzt, heißt das schon. Weißt du normalerweise? Ich habe jetzt schon in einigen Spiele im Player geguckt, ist der immer sehr neutral und versucht auch die Schiedsrichter ein bisschen zu schützen, aber in dem Spiel hat er den halt dann komplett auseinandergenommen, weil der hat gesagt, der Schiedsrichter, der hier jetzt kleinlich ist, in der Situation nicht, dass er durchgehen lässt, der macht das Spiel kaputt und das hat er geschafft. Wer auch immer der Schiedsrichter war, bitte nicht noch einmal. Ja, Karaman war auch furchtbar. Gute Besserung Kovnacki, in dem Spiel hat er sich verletzt. Micha, ist alles gesagt oder muss man über das Spiel noch irgendwas loswerden? Fortuna macht halt wieder Fortuna Dinge und kassiert innerhalb von fünf Minuten zwei Gegentore. Ich glaube, wenn man das mal zusammenzählen würde, wie oft Fortuna in... Also Anfang der Saison war es so, dann hat man irgendwie innerhalb von acht Minuten zwei Tore kassiert, dann waren es irgendwann immer innerhalb von sechs Minuten, dann innerhalb von vier und jetzt innerhalb von zwei. Also das nervt mich immer, weil dann kassierst du ein Gegentor, machst einen guten Angriff und im Counter vom Angriff kassierst du dann das nächste Gegentor und das ist irgendwie so ein Fortuna-Fluch irgendwie in dieser Saison. Aber im Endeffekt war es halt auch ein Spiel, das war Montag, alle anderen haben gespielt, die Konkurrenz hat halt für Fortuna gespielt und ja, hätte ich vorm Spiel nicht schon gewusst, dass der Abstand auf Stuttgart zu dem Zeitpunkt weiterhin auf zwölf Punkte bleibt, dann hätte ich mich wahrscheinlich mehr geärgert. Aber so dachte ich mir so, ja, zwölf Punkte Vorsprung, alles andere egal. Das Einzige, was schade an dem Spiel ist, Kovnatski hat sich verletzt und ja, der Rest war im Endeffekt egal. Ja, Drangel war ein bisschen hoch, Haller kommt halt rein und macht halt dann innerhalb von fünf Minuten zwei Tore bei dem einen Ball. Rennsing versucht da Matrix-mäßig den Ball auszuweichen, statt er sich groß macht, groß, groß, groß. Und halt irgendwie versucht, sich breit zu machen wie ein Bär. Nee, der hebt halt so die Armen so alibimäßig drauf und ja. Ja, das war halt. Im 2-0 steht halt, es steht Haller halt leer vor dem Tor, weil der Rennsing weit zu krass an den Innenpfosten, also an den kurzen Pfosten gegangen ist und dann, fuck it, 3-0 hat auch das Ergebnis jetzt nicht mehr geändert. Das 1-0 von Frankfurt, das war wieder so ein, da kommt ein langer Ball am zweiten Pfosten, wo ich mir denke, ja dann, da muss man noch eigentlich als Torwart rausgehen und dann köpft er den aus zwei Metern einfach rein und ja, eigentlich, wo ich mir denke, eigentlich muss man da versuchen, die Flanke abzufangen, aber ja. Ja, aber wir haben ja jetzt den Flankeabfang ist die Überleitung eigentlich zum Wolfsburg-Spiel. 5-2 ging das dann am Ende aus und wir haben überlegt, ob wir jetzt einfach das komplette Spiel durchrattern oder nicht, aber ich kann einfach sagen, Michael Rennsing hat einen echt scheiß Tag gehabt, feuchtet Bälle in die Mitte ab, in dem einen Ding rennt der raus, keine Ahnung, was er da macht, vielleicht Gänseblümchen pflücken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Michael Rennsing, ich würde nicht sagen, er verliert uns das Spiel, weil mindestens zwei Gegentore davon sind halt komplette Abwehrböcke, aber das 3-1 von Weghorst kannst du nicht verteidigen. Ja, es kommt am Ende alles zusammen, der Sieg ist eindeutig viel zu hoch, der Sieg Wolfsburg ist auf jeden Fall verdient, vor allem wenn wir keinen nicht schaffen, klar zu verteidigen und unser Keeper außer einen Anschuss und einer guten Parade wirklich nichts auf die Kette kriegt, ist dann schon ein bisschen frustrierend. Was willst du jetzt auch ins Trin auch machen? Du kannst ja jetzt natürlich den Tyson reinschmeißen und gucken, ob das besser geht, aber der Druck ist für die nächsten Spiele auf jeden Fall da und die nächsten Spiele haben es in sich, Gladbach, Berlin, Bayern, wenn Fortuna so gut spielt wie heute und man besser verteidigt, konzentrierter bleibt, der Rennsing auch mal Bälle hält, die über die 80% haltbar hinausgehen, ja, dann hast du zumindest gegen Gladbach und Berlin eine Chance, aber wenn der Rennsing so hält wie jetzt gegen Wolfsburg und auch gegen Frankfurt, ich fand halt schade beim Wolfsburg-Spiel, das sind so Kleinigkeiten und dann, wir werden uns wahrscheinlich auch wieder anhören müssen, dass wir zu viel auf dem Rennsing rumhacken, aber das erste Gegentor, das ist so dieses typische Rennsing-Ding, er muss einfach nur stehen bleiben, aber er tanzt Limbo, also er geht halt, er geht halt runter und lässt sich dann easy überlupfen, wo ich mir denke, wenn du den hältst, dann sage ich ja, den musst du halt haben und wenn du den kassierst, sage ich halt, ja, mies und dann, wo er auch den einen Ball, der reingeflankt kommt, wo er den dann halt einfach, wo ich mir dachte, ja, den kannst du festhalten und dann klatscht er den einfach in die Mitte und ja, dann fällt er dem Gegner vor die Füße, dann das, ich glaube, das war aber dann schon das vierte Tor, wo der dann Richtung zu ihm fliegt und er dann springt und den Ball klatschen lässt und der, da ist niemand, da ist kein Gegner, du kannst hinlaufen, aber dann springt der und lässt den klatschen und dann, ich habe keine Ahnung, was er da macht. Dann hat er, der hat halt, was mich auch überrascht hat, in dem Spiel hat er dann halt auch, ja, das eine, das eine Ding, was er noch an die Latte gelenkt hat, hat er gut gehalten, wo ich mir aber dachte so, ja, warum, warum muss er vorher Sachen scheiße machen und dann erst den guten halten, sage ich mal und ja, das, das letzte Tor von Weghorst, wo er den Ball aus einem Meter dann noch hält, aber der dann trotzdem reingeht, war auch gut gemacht, aber. Ja, da rennt halt keiner mit, es ist halt, war halt dann, glaube ich, 4-2 und da rennt keiner mit. Viel mehr über mich hier reinsehen, könnt ihr gerne mal unter den Posts dieser Folge gerne mal reinklatschen, teilt diesen Post gerne mit euren Freunden. Achso, und eine, was ich noch zum Spiel gesagt habe, also ich finde halt nicht, dass Wolfsburg verdient gewonnen hat, für mich war es eigentlich ein Spiel, das kann locker 2-2 ausgehen. Micha, wenn dein Keeper so viel Scheiße macht, deine Abwehr zweimal Scheiße macht und der gegnerische Keeper, Wolfsburgs Keeper, äh, Kuhn Kastels, 4-5 am Ende und wieder Partie 6-7 geile Paraden macht, das den Sieg für dich festhält, dann hast du verdient gewonnen und wir haben als Fortuna verdient verloren, weil unsere Abwehr und unser Keeper nicht in der Lage waren, einen Unentschieden in den Scheißhänden zu halten. So. Das ist so, wenn man sieht, was Wolfsburg für Tore gemacht hat, die haben gefühlt 5 Tore gemacht, wo man aufs leere Tor hat schießen können und Fortuna macht dann so einen geilen Freistoß oder der Pass vom Stöger auf Rahmann, der dann den Ball geil mitnimmt und ins lange Eck einschiebt, dann der Schuss von Rahmann, der leider nur an Pfosten, wenn man das so sieht, die eine auf der einen Seite Fortuna, die so richtig geile Tore geschossen hat, dann der Schuss nur an Pfosten und dann guckt man, was Wolfsburg für Tore gemacht hat und das sind alles so dämliche Tore, wo du, du guckst dir das an und denkst dir so, so Tore kassiert auch nur Fortuna. Deswegen ring ich mich ja auf. Und das ist ja das, wo ich mir denke, so, ah, alles so unnötig und wo ich mir auch denke, mit einem guten Torwart kassierst du halt auch nicht 5 Gegentore, kassierst du vielleicht auch, wie ich glaube, mit einem guten Torwart hättest du nur 2 Tore kassiert, aber ja. Wir kassieren dann 2 Tore nach Abwehrfehler, 3 Tore nach Fehler von Michael Rensing. Pumka Stills macht aber keine Fehler. Der hält die Bälle fest oder kloppt die so raus, dass sie ins Ausgehen oder der Verteidiger den wegkloppen kann. So, das heißt, da bleiben nur noch die guten Chancen übrig, die neben das Tor gehen. Die hat so Wolfsburg auch, wo die den Ball einfach übers Tor knallen oder am Tor vorbeiknallen oder sich vorspielen, aber die Dinger, die dann aufs Tor gingen, die hat der Castells festgehalten, in den Händen, beide Hände oder auch mal einen über die Latte gelenkt. Aber wenn der Ball auf den Rensing kam, war immer Unruhe im Strafraum. Unsere Verteidiger waren unsicher wegen ihm und er war unsicher wegen unseren Verteidigern. Scheiß drauf, werden wir die Folge jetzt so langsam, ich habe keinen Bock mehr über das Spiel zu reden, es regt nicht einfach auf. Erwählen wir zum Ende nochmal Hashtag Vielfalt und auch Bozek mit Regenstern. Regenbogenbinde, das war auf jeden Fall mal ein Zeichen wert. Micha, willst du dich äußern zu Hashtag Vielfalt? Ja, ich fand das mal wieder, wie schon in der Hinrunde, eigentlich eine gute Aktion, dass die alleine schon, weil die mit einer Regenbogenbinde spielen, dass Bozek da auch mitgemacht hat. Und ja, fand auch cool, dass auf dem Trikot von Wolfsburg Hashtag Vielfalt stand. Und, oh, Entschuldigung. Im Endeffekt hat man jetzt zwei Spiele unnötig verloren. Oder sage ich mal, man hätte eigentlich aus den zwei Spielen vielleicht einen Punkt mitnehmen können oder zwei Punkte. Ja, aber im Endeffekt sind es jetzt immer noch elf Punkte Vorsprung. Mund abwischen, weitermachen. Und ja, ich glaube trotzdem nicht, dass die Konkurrenz von unten uns noch einholt. Kurz noch zu KFC Oerdingen. Die spielen ab nächster Saison bei uns in der Arena. Jetzt gibt es schon wieder Hate-Mail. Und ich kann das verstehen, das Stadionmanagement muss dafür sorgen, dass der Platz bespielbar ist. Jetzt war die Situation, dass in Duisburg das Spiel abgesagt werden musste, weil der KFC Oerdingen gegen Fortuna Köln da im Regen aus dem Rasen Acker gemacht hat und die nicht mehr spielen konnten. Warum legt denn die DFL auch die Spiele, also das eine Spiel auf den Freitag und das andere auf den Sonntag und bei so einem Wetter halt, wenn es komplett regnet, dann ist ja klar, dass man irgendwie zwei Tage später nicht, also dass der Platz dann zwei Tage später noch mitgenommen aus ist. Und ich hoffe, das wird dann nächste Saison bei uns in der Arena so, dass da immer schön eine Woche Pause zwischen ist. Also, dass die immer... Es reicht ja für das Arena-Management, das macht ja nicht der Verein so, das macht das Arena-Management. Moment, deswegen klappt das bei uns in Düsseldorf mit dem Dach nicht, deswegen hat es auf Schalke geklappt. Die müssen den fucking Antrag ausfüllen, dass die das Dach zumachen wollen, wenn es stark regnet und schneit bei Spielen, dann ist der Platz auch vernünftig und die müssen sich darum kümmern, dass dann halt da extra Gärtner sind, extra Kosten sind, aber dafür kassieren die ja auch extra Geld, deswegen müssen sie sich darum kümmern und wenn es halt nicht klappt, muss sie halt den Anwalt anrufen. Ich habe keine Ahnung, kurz noch zu Kentucky Fried Chicken Oerdingen, ja, Norbert Meier nach 40 Tagen entlassen, für alle, die sich interessieren am Ende der Folge. Naja, ich komme jetzt zum Ende, ich habe irgendwie nichts Lustiges oder Interessantes diese Woche und ich habe auch keinen Bock mehr eigentlich über Fortuna zu sprechen heute, ich bin mit dem Thema eigentlich durch, aber wenn ihr noch nicht durch seid, eure Meinung zu den Themen oder Feedback gerne in unserer Megafon95 Gruppe oder bei YouTube in die Kommentare. Können Sie auch gerne eine Nachricht auf dem Twitter schreiben, wir sind da auch als Megafon95 zu finden und wir würden uns super freuen, wie ihr uns teilt, uns liked, ich höre mich langsam an wie ein, weiß ich nicht, wie ein Schallplattenspieler, der hängengeblieben ist, aber bitte rezensiert uns auf iTunes, wenn ihr mehr Gäste haben wollt, wie jetzt letztens Jens, den Challenge Sprecher der zweiten und dann mir gerne so einen Sharepunkt drauf legen wollt und das gerne gehört habt und da Bock drauf habt, dann lasst uns das gerne wissen und ich glaube am Ende der Folge einfach schon wieder zu viel und ja, Micha, wenn du keine letzten Worte mehr hast. Ich habe noch letzte Worte, um deine Laune ein bisschen aufzumuntern, weil normalerweise bin ich immer der, der ein bisschen ragt, aber ihr müsstet den Maurice mal sehen, der ist wirklich genervt, der denkt sich einfach, ich habe keinen Bock jetzt und ich denke mir so, guck dir einfach die Tabelle an, das ist immer noch alles in Ordnung und Es geht ja nicht um die Tabelle, Micha. Ja, ich weiß, dass es, ich, 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 I feel you, also ich fühle mich genau so und ich denke mir auch so, oh, ne, was, warum, warum waren das jetzt so zwei Scheiß-Spiele, die nächsten Spiele werden wahrscheinlich genauso scheiße, aber dann denke ich mir so, ich gucke auf die Tabelle und ich denke mir, Fortuna ist erste Liga und ich denke mir so, ja, es ist doch alles okay und ich sag mal so, immerhin sind wir nicht Nürnberg oder Hannover-Fans, Hannover-Fans vor allem, weil Kind und so. Da könnten wir aber immer darüber sprechen bei Hannover, warum der Schwiegler nächste Saison nicht in der zweiten Liga mitspielt. Da könnten wir uns drüber aufregen, warum der jetzt so einen Vertrag überhaupt kriegt. Wir müssen jetzt darüber unterhalten, ob mein David Kovnacki, das größte Polenstädte Land seit Robert Lewandowski, auch wenn er es nicht hören will, für fünf Millionen verpflichten können. Ja, ist doch gut. Ja, geil, es ist geil, es freut mich, ich hab nur halt, ihr müsst wissen, ich war mal U19-Leistungs-Klasse-Trainer von Damen, natürlich muss man schlagen, so gut war ich dann auch nicht jetzt drin, aber mich ärgert es halt, wenn ich die Mannschaft sehe und die machen so einfache Fehler, dann hast du da, weiß ich nicht, du hast einen Torwart-Trainer in der Jugend und du versuchst dem Keeper immer für Wirklichkeit und Schnelligkeit vorauszusagen, das ist eine Welle, die du mit dem Fuß einfach wegkloppen kannst, klopp die mit dem Fuß einfach ins Nichts oder wenn es eins gegen eins ist, mach dich groß, mach dich breit, geh auf den Zoo, wenn du willst, sprich auch mit beiden Beinen voll auf den Ball, scheißegal und dann sehe ich mich ja ränselig und dann könnte ich einfach nur kotzen, egal. Wie gesagt, schaut mal gerne in die Show Notes, was wir da an Zeug haben, von uns kommt demnächst auch noch mehr, da werden wir noch ein Video zu machen. Ja, keine Ahnung, ich bin der Wampendribbler und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, ich wollte auch die Leute grüßen, das habe ich jetzt vergessen. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr für Hintergründe auf YouTube haben wollt. Ich möchte bitte nackte Frauen sehen, als Anime-Figur, damit wir Clickbait machen können. Nein. Ja, wir werden bei dir. Ja, wir werden bei dir. Ja, wir werden bei dir. Ja. Weil jetzt das für heute noch einen Tag an, ich MUSIC für heute in der Ein bisschen weiter. Ja, wir werden bei dir. Untertitelung des ZDF, 2020